Bhagavad Gita, Vers 2.3 O Sohn Pritas, gib dieser entwürdigenden Schwachheit nicht nach, denn sie ist dir nicht angemessen. Gib diese niedere Schwäche des Herzens auf und erhebe dich, O Bezwinger der Feinde. Erklärung Arjuna wurde als Sohn Pritas angesprochen, da Prita die Schwester von Krishnas Vater Vasudeva war. Arjuna war also ein Blutsverwandter Krishnas. Wenn sich der Sohn eines Kshatriya weigert zu kämpfen, ist er nur dem Namen nach ein Kshatriya. Ähnlich wie der Sohn eines Brahmana, der gottlos handelt, nur dem Namen nach ein Brahmana ist. Solche Kshatriyas und Brahmanas sind unwürdige Söhne ihrer Väter. Aus diesem Grunde wollte Krishna nicht, dass Arjuna seine Pflicht als Kshatriya vernachlässigte. Arjuna war Krishnas vertrautester Freund und daher gab Krishna ihm auf dem Streitwagen direkte Anweisungen. Wenn Arjuna das Schlachtfeld jedoch verließe, würde er damit trotz all dieser Vorteile unehrenhaft handeln. Deshalb sagte Krishna, dass eine solche Haltung Arjunas Persönlichkeit nicht angemessen sei. Arjuna konnte nun erwidern, dass er an der Schlacht aufgrund seiner großmütigen Haltung gegenüber dem höchst ehrwürdigen Bhishma und seinen Verwandten nicht teilnehmen wolle. Doch Krishna war der Ansicht, dass die Anweisungen der Schriften diese Art von Großmütigkeit nicht gutheißen würden. Daher sollten Menschen, die sich wie Arjuna unter der direkten Führung Krishnas befinden, eine derartige Großmütigkeit oder sogenannte Gewaltlosigkeit aufgeben.